Oh, hallo, ja. Ich wusste doch, dass es einer der wenigen Räume war, wo ich noch nicht drin war. Yes! Ausgezeichnet, dann hätten wir schon so viel. Ein Lehrbuch, das ist ja alles Diebstahl, also will ich es nicht mitnehmen, außer das Gold vielleicht. Beim Gold merkt es niemand. Und die Lehrbücher, dass die verschwinden, merkt auch niemand. Da! Nom, 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 nom. Wir sie einfach aufessen. So, noch ein bisschen Gold. Eisen und Silberbahnen brauche ich nicht unbedingt, ist mir der Diebstahl nicht wert. Den Diebstahl nicht wert. Der, den, die, das. Gut. Also, es gibt zu den meisten Sachen eine einfache Lösung. Weil in dieser Truppenunterkunft waren wir auch schon. Ich glaube, das war eines der ersten Male, als wir in E-Routine waren. Sehr gut! Damit hätten wir das Nerim-Zeichen auch. Yes! Yes! Und dieses Nerim-Zeichen hier wiederum habe ich ja offscreen auch entdeckt. Eigentlich müssten wir das gar nicht einsammeln, da ich ja alle verpassten Nerim-Zeichen mir immer aufschreibe. Aber ich dachte mir, wenn wir eh schon in E-Routine sind, dann können wir das auch gleich erledigen. Und zwar neben dem Thron hier hinter der Säule habe ich das gesehen. Und damit wären wir schon bei schönen 59 Nerim-Zeichen. Ausgezeichnet. Jetzt, meine Freunde, als nächstes, nachdem wir jetzt hier in E-Routine eigentlich alles abgeschlossen haben, will ich schauen, wo ich meine Skills in was verbessern kann. Da wir jetzt 32 Lernpunkte, glaube ich, haben... Jawohl, 32 Lernpunkte. Die muss ich doch irgendwo reinstecken! Kann doch nicht sein, dass die einfach alle ins Nichts wandern. Okay, Leute, ich wollte eigentlich gerade einfach zum nächsten Händler oder Trainer schneiden, wo wir uns trainieren können. Aber irgendwie, ich habe mir so die Sachen angeguckt und ich habe nicht mehr wirklich irgendwelche Skills, die ich noch steigern will bei einem Trainer, so sonderlich. Also, stumpfe Waffen, Blocken wollte ich nur auf 50 haben, ist erledigt. Stumpfe Waffen, schwere Rüstung, dafür gibt es keine Trainer mehr, die müssen wir hochbekommen. Dann Alchemie wäre eine theoretische Wahl. Und Beschwörung. Und Zerstörung können wir auch halt nicht mehr hochpushen. Ich weiß nicht, ob es noch sonst irgendeine... irgendeinen Skill gab oder irgendeine Magierschule, irgendeine Magieschule, die ich irgendwie hochskillen wollte. Wiederherstellung bin ich auch relativ zufrieden auf 50. Ich heile mich derzeit genug. Also, reicht mir das auch. Handelsgeschick habe ich auch 50, das heißt, ich kann alles verkaufen, was ich verkaufen will. Reicht mir auch. Weiß ich nicht, vielleicht noch Sicherheit, damit wir weniger Probleme mit Schlösseknacken haben. Aber das ist für mich ehrlich gesagt rausgeworfenes Geld, weil ich auch jetzt schon einfach jedes Schloss knacken kann. Ich frage euch einfach mal hiermit. Also, was würdet ihr sagen? Habt ihr irgendeinen anderen Vorschlag? Ansonsten würde ich entweder Alchemie oder Beschwörung. Alchemie können wir noch selbst hochskillen. Ansonsten würde ich einfach die ganzen Beschwörungsbücher lesen und uns in Beschwörung halt hochpushen ohne Ende. Vielleicht noch mit 30 von Hand skillen und dann, indem ich einfach die ganze Zeit immer wieder neu beschwöre und ansonsten haue ich mir dann alle Beschwörungsbücher rein. Weil ich bin eigentlich sehr zufrieden und habe es nicht mehr wirklich nötig, irgendwo noch irgendwelche Punkte reinzusetzen. Ansonsten war es das jetzt mit E-Routine und den Nexus-Hallen und allem drum und dran, meine Freunde. Und ich würde jetzt gerne noch... Also, eine Quest haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt hier alles abgehakt. Alle Quests sind komplett, meine Freunde. Jetzt ist der nächste Punkt auf meinem Plan, das Erkunden des Mittel- und Nordreiches. Ich denke, ehrlich gesagt, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu euch bin, es wird nicht so sein, dass ich irgendwie wirklich jede einzelne Ruine, die es überhaupt auf der Karte zu finden gibt, tatsächlich durcharbeiten werde. Denke ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht für euch zusammenschneide, irgendwie so die coolsten und schönsten Momente aus mehreren Ruinen, wenn die Ruine weder herausfordernd, sonst noch in irgendeiner Art und Weise erwähnenswert war. Lass mich kurz meine Zettel hier so ein bisschen rumfuchteln. Ich habe hier noch die Nerim-Zeichen-Liste. Okay, ich denke, ich werde dann mich hier rum kümmern. So. Ich habe noch die Liste der übersprungenen Ruinen und die Nerim-Zeichen. Alle Nerim-Zeichen, die wir verpassen, ich glaube, das werde ich irgendwann am Ende machen. Wisst ihr was? Das werde ich jetzt noch nicht machen. Ich mache das vielleicht... Oder was heißt am Ende? Wenn ich merke, dass es gegen Ende geht und wir schon überall, auch im Südreich schon waren, mache ich die Nerim-Zeichen und packe alle Einsammlungen des Nerim-Zeichen, der Nerim-Zeichen, um Himmels Willen. Ich nehme schon wieder zweieinhalb Stunden auf. Ihr merkt schon, wie es mit meiner Aussprache steht. Und ansonsten bei den geskippten Ruinen... Genau, also. Meine Freunde, da im Mittelreich haben wir nicht mehr so viel. Aber ich würde sagen, Kloster von Pandorn. Hier, wir reisen jetzt dahin. Ich glaube, ich erzähle euch einfach meinen Plan, während wir hinreisen. Ich gucke mal, gab es in Ledua einen Teleportationspunkt? Ich glaube schon, oder? Ach, ich kann sogar mittlerweile, weil ich wieder Herstellungen so hoch habe. Kann ich auch Wohltatrang 5 mittlerweile reinhauen. Ich glaube, ich habe vor kurzem irgendwann das hier bekommen. Ledua, Ledua. Nein, ich habe kein Ledua. Schade. Dann wäre vielleicht die beste Wahl Darlan. Jawohl. Dann reisen wir nach Burg Darlan. Das ist ja auch nah genug, wenn nicht sogar genauso nah. Eine andere Sache. Ich glaube, Magalas, das warst du. Du hast mir ein Mod in Bezug auf Darlan angeboten. Ich habe übrigens immer noch nicht nachgeguckt, was der Konsolenbefehl ist für das Entfernen von Objekten. Auch für die Leichen hier. Und ich denke, ich kann es jetzt so ein bisschen schon verraten. Oder soll ich es verraten? Ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich mir es eher für eine Überraschung aufsparen. Ach, übrigens. Als ich später ein weiteres Mal hier in der Burg war, dann hat die Statue plötzlich gestimmt. Ich stand einfach nicht nur gerade da, sondern ja, mit ausgestreckter Waffe und einem Schild, das ich glaube, ich gar nicht getragen habe. Bei der Eroberung hier. Der hat mir scheinbar dieses Tischschild einfach übernommen. Aber na gut. So, was ich auch noch kurz machen wollte, meine Freunde, ich habe noch drei Teleportruhen. Ich würde dann einfach mal... So, und noch eine. Machen wir uns noch drei Stück oder so. Ich teleportiere mich ja jetzt nicht so oft hin und her. Von daher wird mir das schon reichen. Obwohl die Sache, wo ich mir dachte, dass ich euch das wahrscheinlich nicht erklären oder erzählen würde. Ich schneide das Thema mal nur an. Und zwar hier. Wegen Darlan. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass der liebe Maglas ein Mod für Darlan gemacht hat. Ich habe diesen Mod auch aktiv. Und ja, auch die richtige ESP. Aber irgendwie hat sich dann nichts in der Stadt verändert. Glaube ich. Glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte auch sein, dass ich die Veränderung nur übersehe. Aber so wie es jetzt dort aussieht, sollte es eigentlich nicht aussehen. Soweit. Ich weiß zumindest. Dann der nächste Punkt. Kloster von Pandorn. Wir laufen da jetzt hin. Weil der liebe Terramorphus hat uns vorgeschlagen, dort hinzugehen. Ganz einfach. Oh mein Gott. Hau ab, Mann. Du hast die Krätze. Oh, das war eine Verbrauchung meiner Aufladung. Da sowas sollte ich demnächst lassen. Lecker verfaultes und kränkliches Wildbret. Denn in dieser Ruine gibt es ein Setteil des Magiewinde-Sets. Ihr wisst ja, ich habe es ausprobiert. War nicht so begeistert. Aber angeblich, wenn man alle Set-Teile zusammen hat. Oder vielleicht fehlt mir auch nur noch hier das. Das hier, ne? Das ist doch Pandorn, oder? Ich sehe so ein bisschen daneben aus. Nein, sieht gut aus. Kloster Brauerei. Und wenn man alle Teile hat, dann hat man angeblich eine Magikar-Regeneration, die nicht von dieser Welt ist. Jetzt schauen wir mal. Ah, ich hänge fest. Blöde Treppe. Eine Kloster Brauerei. Wie sieht denn aus? Oh mein Gott. Spinnen und alles. Au, Jesus. Oh, Mann. Hallo. So, jetzt geht's Sauris hier. So. Gott. Da will man kurz hier reinlaufen und wird von einer schwarzen Witwe angefallen. Was kann die denn überhaupt? Stufe 24, das geht noch. Aber der Schaden war eigentlich ganz schön ordentlich. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier noch sehr viel feine Spinnenseide finden werden. Die wir dann direkt benutzen werden, um wieder einen Erfahrungsboost zu bekommen in E-Routine. So, meine Freunde. Ich wollte mich eigentlich jetzt schon beim Eingang verabschieden, aber dann wurde ich überfallen eiskalt. Ich würde sagen, wir machen mit dieser spinnenverseuchten Kloster Brauerei das nächste Mal weiter. Habe schon genug aufgenommen. Falls euch das Let's Play gefallen hat, wie immer gilt natürlich ein kleines Däumchen nach oben. Freut mich sehr, hilft meinem Channel, hilft den Videos, mehr Leute finden zu mir und können zum Beispiel dieses Let's Play genießen. Jetzt aber wünsche ich euch noch, wie immer, einen schönen verbleibenden Abend oder Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme und bis dann. Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Aufnahme in Erim. Dieses Mal geht es hier direkt au mundan im Anschluss weiter hier in dieser wunderschönen Spinnenhöhle, auf die wir uns natürlich schon so super gefreut haben. Yay, mit Zombies weiter hinten drin. So wie es sich für jede gescheite Höhle, wo man am liebsten sofort gleich wieder rausrennen wollen würde, gehört. Oh Gott, ich hasse Spinnen. Und dann gibt es noch hier Räume, wo überall irgendwelche Kokons von der Decke hängen. Geht mir bloß weg. Für alle, die es mittlerweile vergessen haben, der Grund, weswegen wir in erster Linie überhaupt hier sind, war, das ist hier, äh, der wundervolle, äh, 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 oh, hör bloß auf. Jesus. Das Magiewinde-Set-Teil oder eines der Magiewinde-Set-Teile oder das letzte Magiewinde-Set-Teil, ich bin mir nicht sicher, geben soll. Und ich bin schon sehr gespannt und möchte das auf jeden Fall einstecken, damit wir mal gucken können, wie hammergeil denn diese Regeneration sein wird. Ja, noch so ein Vieh. Ich weiß zwar nicht, wie das Vieh da... Ich möchte auch da hinten rum... Muss ich ganz außen rumlaufen? Ne, ich kann da gar... Nein! Du Mistvieh. Er will mich gar nicht da nach hinten... Ah, da ist eine Kiste, ich muss irgendwie da nach hinten kommen. Boah. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht gleich irgendwo im Gelände verhake. Oh, okay. Ich bin hier nochmal rumgesprungen wie ein Wahnsinniger... Ich komme da dann nicht nach hinten. Oh, mein Scheiß hier. Das auch mit Schleichen probierten alle möglichen, aber diese Kiste da für uns da hinten ist scheinbar unerreichbar. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist doof hier alles. Naja, solange... Ich nehme an, dass da nicht die geile Ausrüstung liegen wird. Falls doch, werden wir sie uns natürlich noch holen. Dafür sind wir ja schließlich eigentlich hierher gekommen. Bis jetzt sieht ja der Dungeon ansonsten aus eigentlich wie ein stinknormaler... Gott, hat er viel Leben. Komm mal runter hier. Wo ist das Skelett? Oh, von beiden Seiten. Ihr habt ganz schön viel Leben und ihr... Achso, ja, Zauber kann ich natürlich vergessen. Hui. This is fun. So. Jetzt bin ich zwar fast tot und ich wundere mich... Warum machen meine Zauber keinen Schaden? Ja, meine Freunde, das ist kein Wunder, wenn ich meine ganze Ausdauer vorhin beim Rumhüpfen verbraucht habe. Topaz, Schildwall, Genesungstrank. Geh mal alles her, geh mal alles her. Hier, ranzige Wasseratmungstränke. Dafür loote ich also... Die ganzen Kisten hier. Das lohnt sich gar nicht. So, hier geht es wieder zum Eingang. Das ist mir egal. Uh, so creepy. Nein, aber... Diese Höhle ist jetzt in diesem Fall gerade nicht so besonders designt, muss ich sagen. Von daher... Macht schon ein bisschen mehr Schaden. Nur schade, dass ich wirklich mit... Oh, nice. Fast ein One-Hit war das sogar. Nur schade, dass bei untoten Feuer natürlich der effektivste Zauber ist. Sonst würde ich ein bisschen wechseln. Das bringt mich auf ein interessantes Thema. Wo ich durch Freezy draufgekommen bin. Und zwar... Ja, Berserkerhelm. Was wir so machen könnten in Enderal. Was wir da für eine Klasse zocken könnten. Und ich habe mir natürlich schon Gedanken dazu gemacht. Schon bevor irgendetwas zu Enderal angekündigt wurde. Also, was wir Klassenes geben wird. Was für Möglichkeiten es geben wird. Da habe ich schon alles vorher gewusst. Was ich spielen werde. Weil ihr wisst ja, ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendwie in jedem Let's Play immer exakt die gleiche Klasse spielen. Die gleiche Rasse. Oh, das sieht ungesund aus. Ich glaube, seine Vorfahren waren Termiten. Ihm scheint der Tisch zu schmecken. Okay. Der Braumeister. Handschuhe der Nord... No, 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 no. Nordkönige. Sehr schön. Könnten wir sogar theoretisch ausrüsten. Habe ich jetzt aber erstmal nicht nötig. Robel der Magiewinde. Dafür sind wir eigentlich gekommen. Ausgezeichnet. Nordisches Großschwert der Absorption. Super. Und ja, wie gesagt. Andere spielen oft das Gleiche. Ich bin jemand, der jedes Mal was anderes spielen will. Und yay! So, damit wäre auch das abgehakt. Ich habe in Oblivion den Charakter, den ich nur einmal bei Folge 100 von dem normalen Oblivion Let's Play vorgestellt habe. Da habe ich ja gezeigt, dass ich einen Krieger gespielt habe. Und der konnte wirklich nichts anderes als einfach nur mit einer Waffe draufhauen. Der hat nichts sonst, nichts anderes drauf gehabt. Das heißt, einen normalen, stinknormalen Krieger werde ich jetzt nicht mehr zocken. In Nerim habe ich eine Mischung aus Kriegerin und Magierin gezockt. Also stinknormaler Kriegerin mit Schild oder jetzt gerade Zweihandwaffe. Und ja. Noch was. Ja, Kampfmusik hier. Habe ich die Spinne angezogen vom anderen Raum nebendran oder was? Ich glaube, diese Höhle haben sie allgemein nicht so ganz durchdacht. Guckt euch das mal an. Nein! Auch wenn ich schleiche, ich komme da nicht durch. Aber ich sehe da unten garantiert noch Loot. Und jetzt komme ich auch nicht mehr rückwärts raus. Wisst ihr was? Gehen wir einfach mal mit ausgeschalteter Kollision hier kurz hin. Ein Seelenstein, eine Rolle der Seelen-Dings. Üp. So, ich nehme einfach an, dass die Höhle zu den Höhlen gehört hat, wo sie sich jetzt nicht so viele Gedanken gemacht wurde. Weil es, ja es ist zwar eine Spinnenhöhle und von denen gibt es jetzt nicht so viele. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das hat designmäßig jetzt gerade nichts Besonderes an sich gehabt. Was aber okay ist. Das muss ja nicht irgendwie, wir haben ja nicht den Anspruch, dass irgendwie alles super mega geil ist. Aber wisst ihr was? Ich komme hier nicht durch. Und bevor mein Gewissen mich gar nicht mehr in Ruhe lässt. Spektrale Halskette. So. Jetzt ist gut. Oder wisst ihr was? Wenn wir das schon hier so machen. Bevor die Kampfmusik für uns noch eine halbe Ewigkeit weiterläuft. Machen wir das mal lieber so. Und jetzt. So viel zu der Höhle. Dann wollte ich jetzt ganz schnell, ganz kurz. Ich muss dafür eigentlich gar nicht die Höhle verlassen. Wieder zurück nach Erotin teleportieren. Beziehungsschweige. Irgendwohin, wo wir eine Lagerkiste haben. Damit wir mal das Magiewinde-Set ein bisschen austesten können. Und zwar... Erotin wäre eigentlich wieder ein Umweg, wa? Das würde mir gerade nicht so viel bringen. Ich glaube, ich renne einfach kurz nach Dalan. Das ist sowieso gerade hier in der Nähe. Ist es egal. Wir machen das jetzt einfach so. Dann verbrauche ich auch keine Teleportruhne und gut ist. Habt ihr das gerade gesehen? Meine Statue. Wie sie sich noch im Nachhinein zurechtgezuckt hat. Jetzt hat sie eine Mischung aus Axt und Fackel in der Hand. Das sieht irgendwie geil aus. Auch wenn es ein Bug ist. Aber nice. Tada! Sieht jetzt aus wie irgendeine Artefakt-Axt. So. Ich weiß jetzt nicht, ob in Dalan schon vorher irgendwo eine Kiste gewesen wäre. Ist auch egal. Jetzt kann ich mich gleich mal darum kümmern und versuchen, den hier zu löschen. Einige von euch haben mir nämlich den Tick gegeben. Disable. Nice. Und der ist nicht nur unsichtbar. Ich kann hier auch wirklich über diese Stelle laufen. Das ist nicht irgendwie so, dass ich hier den disable und er eigentlich nur weggeschaltet wird. Sehr gut. Dann machen wir hier so einen auf Putzkommando. Aufpassen, dass ich die richtigen Personen anklicke, weil sonst haben wir ein Problem, wenn ich irgendjemand anderes weglösche. So, Soldat ist Mittelreich. Hess. Mittelreich Hess. Dann wollen wir zumindest mal hier meinen eigenen Thronsaal so ein bisschen aufräumen. So, ausgezeichnet. Draußen will ich das auch noch irgendwann machen. Vielleicht gleich, aber das schneide ich dann raus. Jetzt haben wir erstmal hier den wichtigsten Teil. Schön sauber. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich das schon letzte Aufnahme gesagt habe. Ich sag's einfach nochmal. Äh, Maglas, wie du gesehen hast, dein Mod hat nicht so ganz funktioniert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich dir auch schon eine PM mittlerweile geschrieben. Ich weiß es nicht, aber es geht nicht so genau. Die Datei ist zwar aktiviert, aber irgendwie möchte das nicht. So, dann wollen wir mal. Die Haube. Die Stiefel. Der Stab. Der Stab. Ich weiß gerade gar nicht, was es noch alles so in dem Set gab. Können wir vielleicht hier den Stab fallen lassen, wenn ich den nochmal aufhebe? Nein, dann kriege ich nicht nochmal die Meldung. Hey, so und so viele Teile. Ach, übrigens, ich habe hier so einen kleinen Mod installiert, dass die markierten Items so ein bisschen rollenspielerischer und cooler zum Interface passen. So, ne? Hier so in beige. Sieht ganz cool aus, die Umrandung jetzt. Der ausgerüsteten Dinge. Voll geil, Mann. Magika wiederherstellen. Sieben Punkte an sich selbst hat. Allein die Robe, die wir gerade gefunden haben. Oh, cool. Okay, sieht besser aus als erwartet. Ach, die Stiefel, dann hätten wir 10 Punkte wiederherstellen. Die Haube, dann haben wir 12 Punkte wiederherstellen. Drei Teile Bonus erlernt. Einmal die wiederstehen, aha, aha, aha. Vier Teile Bonus erlernt. Vier Zauberabsorption. Extra Bonus durch komplettes Set. Woo! Magie Winde komplett dem Inventar hinzugefügt. Okay. Magie, okay. Ah. Magie Winde komplett. Okay. Zwei extra Rüstungspunkte. Was kann ich jetzt damit machen? Ah, das sieht aber cool aus. Mir gefällt der Style. Cool. Eigentlich sieht das voll geil aus. Ähm. Glitzer ich jetzt schön oder sowas? Ja, ein bisschen. Aber ich glaube, das liegt nur daran. Sammelleidenschaft verdient. Den Erfolg. Oh, cool. Was? Das ist ja voll geil, Mann. Äh, hier, Dingens. Erfolge. Obliven Menüs. Ich hasse euch. Hier. Für ein vollständiges Set. Oh, hatte ich noch nicht ausgeristet bisher. Okay. So, dann die Buffs mal nachgucken. Wo? Was ist denn hier? Ist mir eigentlich alles hier egal. Fest... Magie... Magie wiederherstellen. Ich bin da. Zwölf Punkte. Ja. Gibt es keinen Extra-Bonus, wenn das Set komplett ist? Hm. Scheinbar nicht. So. Mir wurde ja gesagt, ich kann dann angeblich so schnell zaubern, dass ich... Moment. 19 Rüstung habe ich nur. Äh. Ich kann dann so schnell zaubern, dass ich mein Mana schneller regeneriert, als ich zaubern kann. Und ja, es stimmt. Guckt euch das mal an. Mein Mana unten. Lol. Geil. Hier, das verbraucht noch mehr Mana. Ja, meinem Heil-Zauber kann es nicht hinterherkommen, aber dass ich den spamme, ist auch unwahrscheinlich. Andere Angriff-Zauber. Ich glaube, Blitz kostet mehr Mana. Ja, da kommt es auch nicht ganz hinterher, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also... Die Mana-Regeneration mit dem Ding ist schon abnormal. Und dazu kommt noch, dass es richtig geil aussieht. So, als Magier hat das definitiv Style. Aber ich habe eben keine Nahkampfwaffe und ich bin auch sehr Nahkampfwaffen basiert mit dem Charakter. Aber wisst ihr was? Ich nehme mal den ganzen Kram hier einfach mit. Was soll's? Räume jetzt hier noch ein bisschen... hier den Hof auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber für's erste war's das hier erst mal. Mit dieser Aufnahme, ne? Was? So kurz? Ja, was? Oh mein Gott, wa? Oh, wirklich? Wir sind schon bei Folge 199? Warum ich hier wohl einen Schnitt ansetze? Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.